Wie lernt man die Töne auf dem Bassgriffbrett denn am besten? Hier meine drei Tipps für dich. Wenn man anfängt Bass zu spielen, ist natürlich eins von den elementaren Sachen am Anfang herauszufinden, wie heißen denn die Töne auf dem Griffbrett und wie funktioniert das dann mit den Bünden und den unterschiedlichen Seiten und warum gibt es denn so viele Möglichkeiten auf dem Bass. Hier mal drei Tipps von mir, wie du die Töne auf deinem Bassgriffbrett denn am besten lernen kannst. Nummer 1. Verwende sogenannte Flashcards, Karteikarten. Kennst du vielleicht noch von der Schule, vom Vokabellernen? Auf der einen Seite steht jetzt hier beispielsweise im Bassschlüssel eine Note notiert, auf der Rückseite ist dann die Lösung, wo finde ich denn die Note auf meinem Griffbrett. Ähnliche Flashcards kannst du direkt bei mir in meinem Blog, basemeup.de, runterladen. Das sind so Karteikartengröße. Kannst dir ausdrucken, Vorder- und Rückseite und kannst dann einfach wie beim Vokabellern, die einsamen Karten rausnehmen, anschauen, die überlegen, was die Lösung ist und dann vergleichen mit der Rückseite. Am besten machst du das immer mit dem Bass in der Hand. Das heißt, wenn da ein A steht, dann überlegst du, okay, wo finde ich ein A? Das wäre eine Leerseite wäre möglich, es wäre aber auch der fünfte Bund hier auf der E-Seite möglich. Das ist auch ein A. Dann greift es auch direkt auf deinem Griffbrett. So brennt sich das dann noch besser in dein Gedächtnis ein, wenn du direkt am Griffbrett die ganzen Übungen machst. Nummer 2 ist eigentlich die Erweiterung von den Flashcards. Auch wieder bei mir in dem basemeup.de-Blog gibt es ein Notenlern-Quiz. Da sind Abbildungen von dem Griffbrett drauf. So, jetzt musst du in einem Quiz rausfinden, wie heißt der Ton. Hast so eine Multiple-Choice-Möglichkeit und dann klickst du auf die richtige Lösung. Manchmal gibt es auch zwei richtige Lösungen, je nachdem, ob zum Beispiel hier bei dem Fis, zweiter Bund auf der E-Seite, während Fis der Ton heißt, aber genauso auch Ges, also vom G in Halbton tiefer. Deswegen gibt es zwei Lösungen manchmal. Quizaufgaben, verschiedene Levels kannst du durchmachen, komplett kostenlos. Das war Nummer 2 Tipp zum Lernen der Noten auf dem Bass. Dritter Tipp. Das ist jetzt der Tipp aus der Praxis. Du kennst mit Sicherheit online die Portale, auf denen man die Songtexte mit den Akkorden runterladen kann. Das bekommt man immer wieder auch bei Bands vorgelegt. Der Gitarrist oder der Keeper bringt da den Zettel oder der Sänger. Das ist der Text. Und dann stehen immer drüber die Akkordsymbole. Und jetzt soll man dazu spielen. So, verwende die. Also, geh auf irgendeine Plattform, such dir irgendwelche Songs raus und schau, was denn da dran steht. Irgendein Text, dann steht von mir aus ein C. Als Akkord dran, verwende jetzt immer nur die Grundtöne. Also, dich interessieren nur die Buchstaben, die da stehen. Und dann such die Töne auf deinem Bass. Wenn jetzt ein Song ist, der geht irgendwie C, A, F, G, dann suchst du bei dir auf dem Bass A. Wo ist ein C? Okay, das wäre jetzt hier zum Beispiel. Ein A kann ich Leerseite oder hier den fünften Bund nehmen. F habe ich entweder hier auf der D-Seite oder auf der E-Seite hier. Und ein G habe ich hier, dritter Bund, E-Seite oder natürlich auch hier die Oktave. Auch wieder ein G. Das heißt, du übst tatsächlich an dem Song deine Töne auf dem Bass. Kannst du genauso machen mit Songs, die du schon spielen kannst. Weil spielst du ja schon irgendwelche Songs nach, aber weißt gar nicht, wie die Töne heißen. Dann nimm dir die Songs vor und überleg dir konkret, wie heißt der Ton? Wo finde ich den auch noch auf dem Griffbrett? Arbeite dich so durch, durch dein komplettes Repertoire. Das waren mal drei Tipps, wie man denn die Töne auf dem Bassgriffbrett lernen kann. Weitere Infos gibt es immer bei mir bei bassmeh.de im Blog. Beziehungsweise auch hier in meinem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen. Am besten auch gleich das Glöckchen anmachen. Dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn es ein neues Video von mir gibt rund um Bass, Bassspielen und alles, was so dazugehört. Noch mehr Infos zum Bassspielen, noch mehr Quiz, noch mehr Übungen bekommst du auch für eine kleine Spende. Gib mir einfach einen Kaffee auf meiner Bei-mir-Coffee-Seite aus. Kleine Spende und du hast Zugriff auf noch mehr Material, längere Videos und mehr Übungen, die dir dann zur Verfügung stehen. Ich freue mich, dich mal wieder zu sehen. Bis denn. Ciao. Bis bald.